Ich habe das Ruder gerade noch rumgerissen. So konnte es ja auch nicht weitergehen. Zwischen dem Bauch meiner Frau und meinem war ja fast kein Unterschied mehr. Das war mir peinlich. Außerdem will ich für meinen Sohn auch ein Vorbild sein. Denn Kinder kommen ja nun mal nach den Eltern. Also habe ich mich aufgerafft. Ich habe mich für Training nach Plan entschieden. Denn ich kenne mich. Ohne jemanden, der mich zum Dranbleiben motiviert, geht es einfach nicht. Für meinen Sohn, auf den ich mich so freue. Und natürlich auch für mich und meine Gesundheit. Wo aus Bewegung Gesundheit wird. Und natürlich auch für mich zum Dranbleiben. Und natürlich auch für mich zum Dranbleiben.